Gott wird deine Verluste wiederherstellen, Gott bestätigte seine Verheißungen gegenüber den Israeliten seiner Kinder, er würde sie bevorzugen und ihre Verluste wiederherstellen. Gott erklärte, so spricht der Herr, wenn mein Bund nicht mit Tag und Nacht ist und ich die Verordnungen von Himmel und Erde nicht festgelegt habe, dann werde ich die Nachkommen Jakobs und Davids, meines Knechtes, wegwerfen, damit ich nicht nehme jeder seiner Nachkommen soll Herrscher über die Nachkommen Abrahams. Isaacs und Jakobs sein Denn ich werde ihre Gefangenen zurückkehren lassen und ihnen gnädig sein, Jeremia 33, 25-26, Lektion, Gott ist barmherzig und gnädig, und er wird seine Kinder nicht dauerhaft verstoßen. Der Schöpfer von Himmel und Erde wird sich an die Bündnisse erinnern, die er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat. Er wird sich auch an ihre Nachkommen erinnern und sie segnen, Christen teilen die gleichen Rechte wie alle Nachkommen Abrahams, sie wurden durch Jesus Christus zum selben Bund hingezogen. Deshalb sollten sich Menschen beglückwünschen, die ihren Glauben an Jesus Christus gestanden haben. Diejenigen, die keinen Schritt des Glaubens getan haben, sollten dies tun, indem sie Jesus Christus als ihren Herrn und Retter bekennen, gebet, ich bin so froh, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn und Retter bekannt habe. Daher muss der Bund Abrahams auf mein Leben zutreffen. Ich bete, dass Gott meine Füße im Hof seines Segens festhält, damit ich seine Vorteile für immer genießen kann. Denn im Namen Jesu Christi mache ich meine Bitten. Amen